Das ist ein Pass-Marek. Ich bin ein Türen für die Martialen, die Sie vorzugsweise bearbeiten wollen. Das wäre eher für Titan wichtig. Ich mache meine Türe auf. Und dann haben wir dann ein bisschen. Sie haben ja einen Trichter, den ich an-Dock und dann einfach das Pulver-Zukohl. Das ist aus dem Edelstarken-Tner, den ich nach oben habe. Um noch 180 Grad dreht. Das ist so ungeschaut. Da steckt man einen Trichter an. Der Trichter geht in die Maschine. Wir haben auch die Anlaufzeit. Wir haben die Achse. Die rechte Achse. Die Achse, die überhaupt noch nicht stimmt. Dann bringt es den Überlauf der Kurve. Und jetzt die, die Lern, die das in der Seite, der Vorteil. Wenn die Leiche und die andere, zum Beispiel, an mir, die feine Partikel ist, desto schwieriger ist es, von oben zu beschichten, wenn die Dosierwalze nicht zu fließen. Da haben wir noch kein Umzug. Dass man wirklich die Dosierwalze dann so ausfügt, dass sie nicht zu fließen. Das merkt man, da sind wichtige Wellen in der Beschichtung. Deswegen haben wir Sie gut gesagt. Bitte, dass die Beschichtung in der Seite alles angekommen wird. Das sehen Sie jetzt wieder. Ich halte es mal klar, warum das mit der Lieblingsgeschichte ist. Das víst, was sie massiert, wenn sie nicht mehr klären will.